Ich kann auch mal schauen, wie sich das dann verändert. Hab ich jetzt gerade so viel, dass ich mehr bei oben in der Kiste hab ich noch ganz viel. Können wir mal schauen. Fuckin' ruhig, echt. Stopp'n Booster hier. Die Öfe sind ja nur alle. Hier hab ich noch vier Kohle, da hab ich noch vier Kohle. Hier hab ich gar nichts. Boah, 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 boah. So. Was bist du denn da, du Zombie? Ich hab gedacht, das wär besser. So, dann macht das mal einen kleinen Abwecher nach unten wieder Zombie. Der wollte nicht so lange bleiben. Das hat er wieder gegangen. Das war halt das... War der Wolker. Der hätte auch nicht immer so lange bleiben. Auch keine Zeit mehr für mich. Uuuuh, der Wolker. Von hier aus kann man dann perfekt reingehen zum Beispiel. In die Festung. Vielleicht macht das nicht den Haupteingang dann so. Ist das nur der Eingang gut? Dann brauch ich den anderen Eingang gar nicht mehr. Dann sieht das alles symmetrischer aus wieder hier. So. Ich krieg das für mich alles komm und weg. So. Dann machen wir mich hier. Und dann au SCHLETE, die STAX hat, die STAX hat, die STAX hält und weg. So, wenn ich das 1-2-2-1 war. Boah, das ist die Sonnachheit, das habe ich mich verjagt, ey. Kann man doch nicht einfach so machen, hier so reinplatzen. Sieht kein Wunder aus, ob ich die Fresse kriegt. So und. Flupp. Und hier noch, Flupp. Und schon haben wir einen ordentlichen Eingang für unsere Festung. Passt doch. Na, kommst du? Wind zu ordentlich aufs Maul, komisch aussehender Zombie. Boah, da habe ich ihn gleich mal komplett runtergecrashed. So, dann haben wir natürlich... Das Zielmacher weiß ich doch gar nicht. Aber dann ziehe ich jetzt erstmal hier den Ball weiter runter. Damit nicht noch mal ein Zombies auf die Blenden, die Dekom-Oh, guck mal, da kann man reingehen. Das ist bestimmt gratis Blut. Menschengedärme, gratis Menschengedärme. Mhh. Yummy, yummy. So. 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 Ich weiß gar nicht. Vielleicht kann man dann sogar mit der Enderperle von hier auf unsere, äh... Aber ich glaube ich ja weniger, dass die Enderperle so weit fliegt, dass man von hier auf die Dings könnte. Aber jetzt komme ich nicht drauf auf, äh... Äh, den Wolkenpalast. Dass wir gleich so, zu einer Art Sprung bauen könnten. Oder wir bauen nochmal ein extra dazwischen ein. Dass wir auf die kleine Insel dann noch springen können mit Enderperlen und so. Vielleicht halt über Enderperlen liegen haben dann. Müssen wir mal schauen, wie das sich, äh... Wie das sich macht mit den Enderperlen, weil die auch recht schwer zu farmen sind im Vergleich zu allen anderen. Ich will das mal hoch. Und hier kommt dann natürlich dazwischen noch eine Schicht... Ach guck mal, hier hab ich sie noch dabei. Na wunderprächtig. Wow. Mach ihn ruhig. Mach ihn ruhig, sag dich. Au. Zieht jetzt ab. Habt ihr das genommen? Ja, ja, komm wieder. Lass mich in Ruhe. Ja, komm, ich schätze mal, halt einmal. Zombie ist durch. Ich brauch eh gerade wieder ein paar Lassel für die... ...ganze Verzauberung von Schaufeln, die wir noch machen wollen. Äh, Schaufeln von... Schaufeln, jetzt kommen wir nicht auf den Namen. Angeln, genau, das war's. Ja, komm her. So. Auch du bist G-schichte und... ...haug mein ...oldener Rüstung auf mich zu... Es ist den goldenen Reiter... ... heißt das, ich will doch nichts aber 455 tun... So, wow, Mini-Zombie. Hohoho. Boah, wenn ich den Küper nicht triffst, krieg's echt Schiss, ey. Verständlicherweise. Uah, so. Dann tue ich mal kurz tauschen, damit ich was essen kann. Aber lass mich. Hab ich nichts getan. Jetzt hab ich dir was getan. So. Und auch du kommst zu mir. Creeper, ich will die Texturen, den Creeper ist ja übelst geil aus dem Pack. So, wieder mal Knochen gesammelt. Da brauchen wir ja im Moment wirklich eine große Anzahl. So. Ach ja, wenn ich das so seh und dann so seh, was ich gebaut hab da, dann wünscht man sich direkt das wäre im Let's Play. Aber die, wow. Der hat noch genett. Aber die Zeit, die das gebraucht hat, ist einfach unnormal. Das krieg's in die Let's Play rein. Einfach zumindest, da brauchst du bestimmt 50 Folgen von mindestens, um das zu bauen. Und ich weiß nicht, ob ihr da so die Lust dazu hättet, dass 50 Folgen anzusehen wie so ein riesen Ding baube. So. Sieht im Endeffekt zwar cool aus, aber bringt einem ja auch nichts weiter aus dem astätischen Wert natürlich. So. 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 Guck mal her. Können wir die Enderperle gleich mal ausprobieren. Ich probier's einfach mal aus, wie weit die fliegt jetzt, ne? So. What the fuck? Wie kommst du denn hier rein? Ich würde vielleicht doch, äh, ein Licht machen. Hüah! Ja, wenn du dann hier noch so ein Turm heimbaut, dann auf die Insel dann noch was und dann dahin. Dann könnte man springen. Wenn du überall rings um deine Welt so Türme hast, sieht natürlich auch ganz cool aus. Muss ich mal schauen. Ich glaub, das ist vielleicht so ein bisschen groß geworden, jetzt, ne? Vielleicht so als Hauptturm, weißt du wie? Muss man mal schauen. Da werden wir auf jeden Fall noch was Schönes nochmal rumbauen und so. Wird auf jeden Fall nicht scheiße aussehen. Hoffe ich. Ganz ehrlich, hoffe ich. Äh, so. Aua. Ist momentan halt alles noch im Bau, das kann noch ein bisschen was sich hinziehen. Aber dazu ist es ja da, das Spiel. Dazu ist es ja da. Autsch. Das ist halt W. Kannst du mal ne Halbslaps nicht baut, aber zu. Wer interessiert. Was ist hier? Wo? Hierher, wo ist denn dann? Aua. Ja, okay. Ich hab' immer Vollschein bekommen. Yay! Und jetzt geht's hier weit vor. Boah. Das mach ich denn schon. Tschüss. So. Hier müssen wir was abernten. Und jetzt bin ich hier. Hier geht es jetzt gleich. Muss ich den nächsten auch mitnehmen, ja, gell? Oh, jetzt wieder hier runterspringen wie der Bekloppte. Nimm ich hier wohl gleich beide mit. So. So. Dann haben wir hier den Rest noch zu. Dann können wir weitergehen. Willst du wirklich noch weitergehen? So. Du bist schon so weit gegangen. Kann ich eventuell von hier... Ja, kann ich. Genau das wollte ich tun. Dann haben wir hier noch... Na gut, haben wir was dabei also. Ich sollte nicht... Wir sollten auf jeden Fall diese Idee noch fertig kriegen können. So. Sorry, das glaube ich. So wenig reden. Jetzt sind dann natürlich die ganzen schönen Themen weg. Wie... Dame... Und sowas. Und jetzt habe ich aber echt schockiert. Das ist... Dame. Weckt jetzt scheinlich... Ich schneide nicht alle Themen an. Um das jetzt gleich noch um ihn befassen zu können. Und obwohl... Ich das gar nicht. Jetzt wüsste ich nämlich gar nicht, worüber ich reden soll dann bauen. Und deswegen... Mache ich das einfach so. Und es kriegt ja natürlich auch gar nicht mit, weil ich es noch gar nicht verrate. Ich mach das so heimlich, so ein Stück für mich. Und äh... Ihr denkt dann einfach... Oh ja, der tut eigentlich voll gut argumentieren und gestikulieren. Und... Dinge sagen, die Dinge tun. Und im Endeffekt macht er eigentlich gar nichts aus. Also... Die sind nur über Dinge zu reden. Die, über die er nicht reden kann, weil er nicht weiß noch wo reden soll. So... So... Was sind die Frage? So... Äh... Wegen... 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 Dann habe ich mal wieder zwei Wochen nichts. So... Mit deinem Arbeit alles und das wird dann auch den Mist starten. Und das geht mit einem Video über Minecraft los. Ne... Das ist ja gar nicht über Minecraft los. Ne... Ich hab's schon gestern. Ich geh mit einem Video über einen Minecraft los. Und... Ja... Was soll man dazu da kurz sagen, ne? Schaut's euch dann einfach an. Kuch. Achso das ist ja... Ah, nee... Fals hier Mist. Was habe ich denn grade gemacht? Wie ist hochgegangen? Habt ihr gesagt? Oh ja, ich hab mal welche wieder runter oder was? Ach nee... Achso doch. Ich hab Steine gemacht. Na klar, toll. Klasse. steine gemacht steine gemacht und ich werde dann wahrscheinlich auch nach skyrim weil es keinem dann vorbei ist also vorbei ist so eine sache bei skyrim das geht natürlich ziemlich lange weiter nichts mache das ist ja auch eine ganze weile keine folge rausgekommen aus dem ganz einfachen und simplen grund weil ich gesagt nur als spaß in dem bei mache da habe ich mir gedacht ganz einfach so ein spaßes besser zu verabschieden ich komplett das verschiebe ich komplett auf den zweitschellen das heißt es wird hier noch 3d space geben so oder je nachdem wenn ich mal mehr zeit haben sollte dann halt und sonst wird die ganze zeit die ich habe dann in den anderen channel gesteckt wo dann natürlich auch mal vielleicht war so eine space rauskommen werden das kann ich jetzt nicht gar nicht sagen ich bin da total überfragt was ich da machen soll braucht dann wirklich eure konstruktiven gekriegt dazu was da auf dem channel passieren soll aber weil es ist die perfekte variante um mich nicht zu übernehmen meiner meinung nach deswegen möchte ich das gerne machen ich bin da ich bin da ich habe ich habe so schön dann werde ich hier noch